Das ist eine wahnsinnige Geschichte. Als Fan bin ich selber base of me. Da glaubt man irgendwann, mit welchen Leuten hat man da manchmal zu tun. Mein Zugang ist so relativ relaxed schon, muss ich sagen. Sie sehen, das ist nicht mein Körper, das ist klar. Im Ernst? Im Ernst, ja. Eigentlich hätte ich den Schädel herhalten müssen. Ich finde es auch ein bisschen unfair, dass das jetzt so strikt getrennt wird. Die Typiko Bundesliga macht wieder einmal ordentlich von sich reden. Ein ausgesprochen ereignisreicher Spieltag liegt hinter uns, sowohl was den gestrigen als auch was den heutigen Tag betrifft. Guten Abend aus dem Sky-Fußballstudio. Willkommen bei Talk und Tore der Typiko-Fußballdebatte. Ja, die Bundesliga sorgt in diesen Tagen für ausgesprochen, für außergewöhnlich viel Gesprächsstoff. Gut, dass wir heute Gäste eingeladen haben, die auch sehr gesprächig sind. Ich begrüße als erstes den Trainer, den Cheftrainer der Spielvereinigung Ried. Guten Abend, Christian Benbennig. Guten Abend. Hallo. Den aktuellen Kapitän der Wiener Austria, Alexander Grünwald. Guten Abend. Grüß Gott. Christian, natürlich sind Sie gestern ein wenig im Mittelpunkt gestanden. Jetzt 24 Stunden nach dieser bitteren Last-Minute-Niederlage bei der Admira in der Südstadt. Einfache Frage. Wie geht's Ihnen? Ja, das war gestern auch schon. Ein anderer Fernsehsender hatte das gleich gefragt. Ich hatte geantwortet, ob die Frage nicht inzwischen verboten ist, dass man das einen Trainer oder Spieler nach dem Spiel fragt. 24 Stunden später. Ja, es geht einem nicht gut damit. Es ist nie ein schönes Gefühl, auf dem letzten Tabellenplatz zu sein. Das ist klar. Haben Sie dann gestern Abend vielleicht in einer Currywurst Trost gefunden oder ähnliches? Nein, nein, nein. Wir haben einfach Rückfahrt nach Hause. Und nichts weiter. Und es gab auch heute früh das Anschwitzen, das berühmte, also das Ausschwitzen, besser gesagt, in diesem Fall. Genau. Und ein Auslaufen für die, die gespielt haben und für den Rest der Mannschaft. Das Wettkampfersatztraining, damit sie dranbleiben. Ja, und alles andere wird man sehen. Auch nicht gerade mit einem Erfolgserleben. Es ist Alexander Grünwald heute zu uns gekommen. Ein 1 zu 3, auch wenn es natürlich ganz andere Dimensionen sind von der Tabelle her. Zu Hause gegen den Winterkönig, gegen Altach. An sich keine Stande, aber es hat trotzdem weh getan. Wie stecken Sie solche Rückschläge oder wie schnell stecken Sie die weg? Ja, es ist natürlich nicht sehr erfolgreich. Wir hätten die Chance gehabt, hier auf den zweiten Platz zu kommen. Haben das leider nicht geschafft. Und ja, heute, Gott sei Dank Gott Sturm, nicht in St. Pölten gewonnen. Von dem her sind wir am dritten Platz. Das ist okay. Aber unser Anspruch ist auf jeden Fall, mindestens Altach noch zu überholen. Gestern ist es nicht gelungen. Aber ja, wir werden in nächster Zeit alles geben, dass sich die Tabelle noch etwas dreht. Unfreiwillig aber doch, können Sie sich, Oliver Lederer, das Ganze derzeit mit einer Distanz oder mit einer etwas größeren Distanz anschauen. Was erstaunt Sie denn derzeit in der Tipico Bundesliga am meisten? Ja, die Erfahrungen, die ich in den letzten Wochen gemacht habe, erstaunt mir gar nichts mehr, muss ich ehrlich sagen. Trotzdem, wenn Sie sich das Geschehen der gestrigen Spiele und auch des heutigen Spieles anschauen, es geht ordentlich zur Sache. Es ist turbulent und sehr unerwartete Ergebnisse gibt es am laufenden Band. Ja, der Aufstand der Kleinen sozusagen und die vorderen schwächeln ein bisschen, sind noch nicht so richtig aus der Winterpause gekommen. Und von dem her, ja, sehr spannend, oben und unten. Und ja, man wird sehen, was uns noch erwartet. Noch einmal haben wir das Siegestor für den SKN St. Pölten heute Nachmittag gegen Sturm Graz gesehen. In der Nachspielzeit hat Manuel Hartl das entscheidende Tor erzielt für die St. Pöltener, also auch derzeit bittere Stunden und Tage für Sturm Graz. Andreas Herzog war auch gestern Sky-Experte und zwar bei den Kollegen in Deutschland. In der Allianz Arena waren Sie im Einsatz und haben ein 8 zu 0 des FC Bayern über den HSV gesehen. Natürlich auch mit zwei Österreichern auf dem Spielfeld im Einsatz. Was hat Sie am meisten beeindruckt? Ja, schon die Dominanz der Bayern, also wenn die einmal ins Laufen kommen und der Spielfluss, das war schon imponierend. Also das ist schon eine eigene Liga. Da sieht man auch die Mannschaften, die drei, vier Mannschaften der Europa dominieren können, wie Barcelona, Real Madrid, Bayern München. Wenn die einen super Tag erwischen, hast du es als Gegner sehr, sehr schwer, dass du es verteidigen kannst. Aber 8 Tore zu bekommen, wie die Hamburger gestern, die das jetzt fast jedes Spiel in München bekommen, das war schon ziemlich peinlich. Einen dieser Treffer hat David Alaba erzielt. Das 5 zu 0, glaube ich, war es. Und nach dem Spiel haben Sie dann live im Sky-Studio auch sein verschwitztes Trikot überreicht bekommen. Sie waren ja auch Trainer von ihm, damals als unter 21 Coach. Reißen sich jetzt Ihre Buben drum, um dieses Trikot? Ja, die Situation war so, wie ich gehört habe, dass ich die Einladung bekomme für München, für Sky. Ich habe ihm geschrieben, dass ich zum Spiel komme, er soll Gas geben. Und ich erwarte von ihm zumindest ein Freistoßtor, weil er in Bremen vor ein paar Wochen das entscheidende Tor geschossen hat. Da habe ich mir gedacht, dass er zumindest gegen Hamburg auch ein Tor schießen soll, dass die Hamburger nicht zum Schluss in München Punkte mitnehmen. Aber ich habe gesagt, ich werde ein schönes Freistoßtor sehen. Das war gestern eine Rolle ins leere Tor. Aber er hat super gespielt, also ein Obstauber kein Problem. Aber ich denke, dass sie meine Kinder noch mehr freuen als ich über das Original-Trikot. Und er hat eine sehr, sehr gute Leistung abgeliefert in einer tollen Mannschaft. Kommen wir zurück zum Tabellenletzten der Tipico Bundesliga derzeit. Christian Bebenig, wir haben hier eigentlich recht gemütliche, weiche Sessel. Fühlen Sie sich trotzdem derzeit wie auf einem Schleudersitz? Nein. Also hier sitze ich gut. Das ist gut. Nichts angesegt. Alles gut. Nein, nicht Schleudersitz, kann ich überhaupt nicht behaupten. Das ist mehr so die Woche war jetzt extrem unruhig. In der Presse, in der schreibenden Presse stand es immer wieder drin, sitzt er gegen Admirer überhaupt noch auf der Bank, sitzt er danach noch auf der Bank. Ist aber nicht so, dass es ein Thema innerhalb des Vereins ist, das mit mir so kommuniziert wurde. Von daher immer ruhig bleiben. Ja, gestern Abend sozusagen zur Primetime ist es passiert aus Sicht der SV Ried. Das dürfte so ungefähr um 20.15 Uhr gewesen sein, als das Unheil seinen Lauf nahm, die Admirer ist. Das sind den roten Dressen. Gute Kombination. Zweier eingewechselter Spieler bei Rami auf Dominik Starkel und der besiegelt sozusagen die Niederlage. Der SV Ried und damit ist auch festgestanden, dass ihre Mannschaft auf dem letzten Platz bleibt. Was ist da vor allem im Moment des Gegentreffers in Ihnen vorgegangen? Natürlich bricht da viel zusammen, auch in der Mannschaft. Man muss ja schauen, die Situation die ganze Woche über war nicht leicht. Du kommst aus dem 6-1, was du gegen Salzburg verloren hast. Und klar ist, in diesem Spiel zählt für uns nur der Sieg. Das ist ein Endspiel, wir wollen es auch so angehen. Die Mannschaft hat überragend gefeiert über 90 Minuten und hat sich zumindest diesen Punkt auf jeden Fall verdient gehabt. Wenn man die Konter besser ausspielt, kann man dieses Spiel gewinnen. Aber die Mannschaft ist vollkommen intakt und feitet die ganze Zeit. Und dann nimmst du natürlich diesen Punkt mit, das ist die 90. Minute und plötzlich kommt dieser Todesstoß im Prinzip, wo du dann nichts mehr machen kannst, auch nichts mehr aufholen kannst. Das ist dann natürlich bitter in der Situation. Deswegen war es mir wichtig, die Jungs gleich nach dem Spiel auch zusammen zu holen. In der Situation ist es wichtig, du musst sofort wieder die Jungs aufrichten. Das sehen wir hier auch. Für mich haben Sie da in dieser Situation unmittelbar nach dem Schlusspfiff Größe gezeigt, mit jedem einzelnen Spieler abgeklatscht. Sie sind auch zu den Fans gegangen und haben sich für die Unterstützung bedankt. Irgendwie hat das Ganze aber dann schon Abschiedscharakter gehabt. Oder sehen Sie das anders? Das sehe ich anders, weil ich glaube auch, dass über die Woche, dass in der Presse stand oder ich auch kurz vor dem Spiel noch von der Presse angesprochen werde, sie sind sowieso entlassen, egal ob sie gewinnen oder verlieren. Da braucht man natürlich jetzt mal nicht vor dem Spiel unbedingt hören, sowas. Aber es ist natürlich schon jede Menge Dampf und Kessel gewesen, weswegen ich den Kreis gemacht habe. Die Jungs haben einen super Fight geliefert über 90 Minuten. Und es ist in der Situation, in der wir gerade stecken, geht es nur um Zusammenhalt in der Mannschaft. Ich wollte nicht, dass die Jungs auseinander gehen, gleich Interviews geben, sondern einmal nur klar machen, das war klasse. Wenn du immer so fightest, dann wirst du auch belohnt werden, dann bist du am Ende von diesem zehnten Platz runter. Und die Fans, das muss man auch mal an der Stelle sagen, wir verlieren 6-1 gegen Salzburg zu Hause. Und du hast über 90 Minuten die Unterstützung der Fans, nicht einen einzigen Pfiff, was in der Situation normal wäre. Und in diesem Spiel bei der Admira ganz genauso. 90 Minuten Unterstützung und die Fans haben immer ein sensibles Gespür dafür, wenn eine Mannschaft nicht Gas gibt, dass dann Pfiffe kommen. Trainer rausrufe, vielleicht sowas, sowas hörst du gar nicht. Im Prinzip leben unsere Fans gerade die Geschlossenheit vor, die wir alle brauchen. Morgen Vormittag oder zumindest im Laufe des morgigen Tages wird dann das sechsköpfige Präsidium, der Vorstand der SV Ried zusammentreten und wohl dem Vernehmen nach über das weitere Schicksal von Christian Benbenek entscheiden. Oliver Lederer, Sie haben das Spiel natürlich aus Sicht des ehemaligen Admira-Trainers beobachtet und verfolgt. Und wie haben Sie vor allem auch die letzten Minuten dieser Partie und auch die Reaktionen und Emotionen erlebt? Ja, ich kann mir vorstellen, dass das für Ried natürlich ein Schlag in die Magengrube war. Wenn du dann so kurz vor Schluss das Tor bekommst, das die Niederlage besiedelt, du hast keine Möglichkeit mehr zu reagieren, kannst nicht mehr alles auf die offensivste Karte setzen. Da kann man dann schon, auch wenn es nicht angebracht ist, Mitleid haben. Natürlich hat es mich aber für die Admira dann am Ende des Tages doch gefreut. War ein super Tor. Überlegte Hereingabe vom Eldis Bayrami, der dann nicht blind einfach flankt. Und der Starke hat das richtig gut gemacht. Und schwer zu verteidigen, wenn dann hätten wir die Flanke verteidigen müssen. Ich denke, das Zuspiel in den Strafraum wäre zu verteidigen gewesen. Aber der Torabschluss war sensationell. Das hat er super gemacht. Und ja, mehr lachendes Auge, wenn das erlaubt ist, für die Admira und für Ried hat es mir dann auch getan. Man merkt, Sie leben noch mit Ihren ehemaligen Schützlingen mit. Das ist aber nur allzu verständlich. Es ist nach wie vor, die Spieler, es ist nicht viel gewechselt worden. Es ist im Transfer immer gar nichts passiert. Es ist nach wie vor meine Mannschaft, unter Anführungszeichen, meine Mannschaft. Natürlich vergönne ich Ihnen den Sieg und wünsche Ihnen, dass Sie sich in der Tabelle auch dort festsetzen, wo Sie hingehören. Und das hat am Anfang nicht ganz so ausgesehen. Aber jetzt haben Sie mit dem Sieg wichtige drei Punkte gemacht. Denn wenn Sie das Spiel verloren hätten, hätte es noch einmal richtig eng nach unten werden können. Andreas Herzog, Sie haben das Geschehen natürlich auch mitverfolgt. Diese Runde zumindest auch heute ein wenig nachbetrachtet. Womit hat Christian Benbenig aus Ihrer Sicht jetzt zu rechnen? Ich glaube, dass Ried in den letzten Jahren oder über Jahrzehnte einfach ein Verein war, wo man in Ruhe arbeiten hat können, wo Kontinuität da war. Und jetzt abgesehen vom letzten Platz der Rieder ist momentan extrem viel Unruhe drinnen. Einfach, dass er der Stefan Reiter ist entlassen worden. Also ich glaube, dass da jetzt auch von der Führung her, schön langsam die Leute einmal ein bisschen die Bremse rausnehmen, das Tempo rausnehmen müssen und einmal wieder vernünftig miteinander umgehen und arbeiten. Nur so kommst du hin. Und so wie die Mannschaft mit dem Trainer zusammenhalten muss, wie du es gestern nach dem Spiel bewiesen hast, so muss der ganze Verein jetzt zusammenhalten. Und wenn ihnen das nicht gelingt, dann kann passieren, was wollen, dann werden sie den Verein an die Wand fahren. Markus Klima, mein Kollege, der hat sich das Geschehen gestern vor Ort angeschaut und hat folgenden Bericht zusammengesteckt. Und am Ende des Tages muss man sich dann auch noch mit Journalisten herumärgern. Als hätte Sportdirektor Franz Schiemer nicht schon genügend Sorgen. Denn er ist es ja, der Rede und Antwort stehen muss, während die mitgereiste Präsidiumsdelegation Garleitner und Daxl hier im Bild links von ihm es an diesem Abend vorzieht zu schweigen. Es ist immer müßig, der Trainer ist natürlich der Erste, der in der Diskussion steht. Spieler kann man momentan nicht auswechseln, das ist es so. Der Trainer hat natürlich die Verantwortung dann auch für die sportliche Leistung, das ist ganz klar. Ein letztes, demonstratives Mutmachen vor dem Spiel. Versteinerte Minen anschließend 90 Minuten lang. Und während die Entscheidungsträger kurz nach dem Schlusspfiff die Köpfe zusammenstecken, ist seiner vielleicht schon nicht mehr zu retten. Einfach nur ein Danke an jeden Einzelnen oder doch mehr. Bye bye, Ben Benek. Ja, Fußball spielen leider viele Faktoren mit und natürlich weiß ich, dass auch die Ergebnisse nicht passen, dass es der erste Weg zum Trainer ist. Aber wie gesagt, ich glaube, die Mannschaft hat überhaupt kein Problem mit dem Trainer und mehr kann ich dazu eigentlich nicht sagen. Die personifizierte Niedergeschlagenheit bei der Pressekonferenz. Als ob Christian Benbenek nun zum ersten Mal alles ein wenig sacken lassen kann. 20 Punkte nach 23 Ligaspielen, erstmals so wenige. Die vergangenen fünf Ligaspiele verloren, gab es ebenfalls noch nicht. War es das? Ein Trainer ringt nach Worten. Ich denke, dass es diese Woche schon, die Woche, die jetzt kommen, in den nächsten Tagen, ja schon eine gewisse Klarheit geben sollte. Aber ich kann Ihnen das nicht sagen. Das ist eine Entscheidung, die ich ja nicht treffe. Ein klares Bekenntnis zum Trainer? Gestern Abend. Fehlanzeige. Bekenntnis ist immer, wie schon gesagt, jetzt noch ein Spiel. Es ist schwer. Ich bin genauso enttäuscht wie der Trainer. Und jetzt muss man überlegen. Es ist noch nichts in Stein gemeißelt. Man muss sich genau überlegen, was ist das Beste für die Mannschaft für den ganzen Verein. Die Gratwanderung scheint weiterzugehen. Falls es noch eine ist. Vom Bekenntnis zum Trainer war da jetzt mehrmals die Rede. Haben Sie in den vergangenen Wochen und Monaten ein wenig Rückenstärkung, Rückendeckung vermisst von den Vereinsverantwortlichen? Ich habe mir da nie drüber Gedanken gemacht, wenn ich ehrlich bin. Ich habe sie immer gespürt, die ganze Zeit. Da machst du keine Gedanken drüber. Wir waren in der Wintervorbereitung, waren im Trainingslager. Und das ist natürlich interessant, wenn man jetzt sagt, die Mannschaft hat da einen Riesenschritt nach vorne gemacht, wenn du dann in die neue Runde im Frühjahr startest und verlierst dreimal in Folge. Dass du sportlich gerade nicht die Argumente auf deiner Seite hast. Du hast die Punkte nicht gebracht. Das ist vollkommen nachzuvollziehen. Gleichzeitig muss man immer schauen. Wenn ich das mal vergleiche, wenn du mit Real Madrid die Champions League gewinnst und fliegst, dann fliegst du am Ende trotzdem raus, damit ein neuer sie wieder gewinnt. Aber irgendwie hat es keinen gegeben, der gesagt hat, das ist unser Trainer, oder? Da bin ich noch nicht fertig. Auf der anderen Seite gibt es auch Vereine, die wissen, wir spielen, und das war von Anfang an das Ziel, Platz 9. Platz 9 ist das Ziel, was mir vorgegeben wurde, weil wir gleich wussten, letztes Jahr war es schon brutal schwer. Dann kann er nicht unbedingt verstärken. Filippowitsch noch abgegeben, neuer Trainer mit dazu. Und dann haben wir erst mal ein bisschen schwer gehabt mit dem Start. Dann kamen wir aber rein und dann haben wir den Abstand gehabt. Und dass das schwer wird bis zum Schluss, gerade in der Zehnerliga, immer ruhig bleiben. Und das ist das, was Ried eigentlich immer ausgemacht hat, so wie ich es kenne. Andersrum ist jetzt die Frage, die Mannschaft muss jetzt praktisch Punkte liefern, damit wieder Ruhe einkehrt. Oder kann man es auch so machen, sind wir mal alle zusammen geschlossen und ruhig, damit wir wieder Punkte holen? Was ist Ihnen durch den Kopf gegangen, als ein paar Tage vor Wiederbeginn der Meisterschaft, nach der Winterpause, der, ja, Vertrauensmann weiß ich nicht, aber der Mann, der sie geholt hat, abgelöst wurde? Als Franz Schiemer, Stefan Reiter abgelöst hat. Das war damals und ist auch heute nicht meine Aufgabe, das zu beurteilen. Ich beurteile meine Spieler. Hat das ganze Unruhe in die Mannschaft hineingebracht? Das Unruhe in die Mannschaft gebracht, das ist natürlich ein Thema. Normalerweise ist es logisch, dass Unruhe reinkommt. Das kann ich jetzt eher in der Situation nicht sagen, das ist ganz logisch. Das ist, was menschlich ist. Natürlich. Natürlich ist es unser Job, wir sind Profis, so schnell wie möglich wieder sich auf das Wichtige zu konzentrieren, nämlich auf die Arbeit und Spiele zu gewinnen. Trotzdem ist es so, natürlich beschäftigst du dich mit, als Spieler, als Trainer. Da musst du sagen, okay, wir sind Profis für den Verein. Das ist das Allerwichtigste. Und ich war auch der Erste, der gesagt hat, wir hatten den Frank Schiemer schon vorher kennengelernt, bevor er installiert wurde. Wir hatten ein sehr gutes Gespräch. Und da war auch klar, wir alle zusammen im Verein müssen jetzt zusammenhalten in dieser schwierigen Situation, uns gegenseitig unterstützen. Und diesen Weg will ich in Ruhe und mit Konzentration weitergehen. Was zusätzlich an Unruhe entsteht, ist natürlich viel über die Presse. Dass wir da mit Sicherheit nicht gut ausschauen, ist klar in der Außenunterstellung. Ich unterstelle aber grundsätzlich niemandem etwas Böses. Jeder, der für den Verein arbeitet, möchte das Beste für den Verein. Davon kann man ausgehen. Jetzt ist es wichtig, dass es wieder einen Nenner gibt. Und dass die Werte, für die es vor Ort stand, auch wieder weiterhin steht. Nämlich genau das. Ich kann es gar nicht oft genug sagen, weil es genau das ist, was für den Verein in der jetzigen Situation wichtig ist. Aber auch für die Mannschaft im Abstiegskampf. Du brauchst Ruhe, du brauchst Geschlossenheit, du brauchst Konzentration und harte Arbeit. Und eine klare Kommunikation. Und Ende. Und morgen wollen Sie Klarheit haben, was Ihre Person betrifft. Es ist so klar, die ganze Woche über war das so ein Endspielcharakter, dieses Ad-Mera-Spiel. Und jeder hat gesehen, die Mannschaft ist intakt. Das ist auch ein Punkt, über den sich jeder offiziell Gedanken machen muss, wenn du 6-1 gegen Salzburg verlierst. Man kennt immer den Satz, erreicht der Trainer diese Mannschaft noch? So bei 6-1. Und ich denke, jeder, der gestern zugeschaut hat, der sieht ganz genau, diese Mannschaft ist intakt. Sie feiert es so. Und die wichtigen Spiele, das habe ich ja auch immer gesagt, die kommen erst noch, die direkten Duelle. Da musst du dann da sein. Und das schaffst du natürlich viel mehr, wenn du Klarheit hast. Und das braucht genauso die Mannschaft, aber auch Trainer und Trainerteam braucht jetzt diese Klarheit. Egal, wie man sich entscheidet. Man kann auch sagen, okay, wir hatten jetzt hier ein wahnsinnsunruhiges zwei Wochen und ein bisschen Chaos im Umfeld. Das ist unser Trainer. Das ist unser Trainerteam. Weil ich kenne die Mannschaft am besten. Das muss man mal ganz klar sagen. Was passiert denn im anderen Fall? Da geht es jetzt gar nicht so sehr in meinen Kopf, sondern es geht um Mannschaft, um Verein. Kommt über Neues, er muss die Mannschaft kennenlernen. Er muss, vielleicht wird er was umstehen. Gibt es Verunsicherung oder nicht? Egal, was du machst. Es muss jetzt funktionieren. Die höchste Wahrscheinlichkeit dabei bin ich, weil ich die Mannschaft am längsten kenne. Von daher, so oder so braucht es Klarheit und einen klaren Weg, an dem jeder sich orientieren kann. Weil das ist das. Sicherheit brauchst du in so einer Phase und Zusammenhalt im Verein. Und dann kannst du das auch schaffen. Die Presse funktioniert so, als ob wir mit zwölf Punkten hinter sind. Das ist ja gar nicht der Fall. Wir haben jetzt einen Negativlauf. Der ist überhaupt nicht schön. Den gab es auch in der Bundesliga für die SVG noch nie. Aber da kommst du auch wieder raus. Aber auch nur diszipliniert und zusammen. Von Unruhe war jetzt mehrmals die Rede. In den vergangenen Monaten ist es auffallend ruhig bei der Austria. Aber es hat Zeiten gegeben und die haben Sie auch als Spieler miterlebt bei der Austria. Da war es sehr unruhig. Auch Unruhe von außen hineingetragen. Trainer ablösen, Trainer wechseln. Spürt das die Mannschaft? Merkt man das auf dem Spielfeld auch? Erstaunt dort auch Unruhe, wenn so etwas passiert? Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, das ist im ganzen Klub, wenn da Unruhe herrscht und man unten drinsteckt, dass das den ganzen Vereinen nicht gut tut. Und Fakt ist einfach, wenn dann etwas am Platz nicht so läuft, wie man sich das vorstellt, dass die Mannschaft natürlich dann sehr schnell verunsichert ist. Und wir waren vor zwei Jahren, glaube ich, im Herbst, glaube ich, auch teilweise mal am 10. Platz und da ist es natürlich rumgekommen. Bei uns ist es dann vielleicht ein bisschen Ärger, weil wir natürlich ein bisschen mehr Fans haben. Und ja, die dann auch teilweise mal beim Training waren und so. Und das verunsichert dann teilweise ein paar Spieler. Aber ja, wichtig ist, wie der Herr Benbenbenig gesagt hat, alle müssen an einen Strang ziehen. Es muss Klarheit herrschen. Und ich glaube, das ist der einzige Weg, wieder aus einer Krise herauszufinden. Sie sind mit der Ausgabe der nächste Gegner, der SV Ried am kommenden Wochenende. Rechnen Sie damit, dass Sie diesem Herrn dann als Gegner gegenüberstehen? Ja, ich bin ein Außenstehender. Ich habe den Herrn Benbenbenig als sehr sympathischen Menschen kennengelernt. Sehr fairer Sportsmann. Wie wir uns gegen Ried, Ried hat uns immer vor Probleme gestellt. Also von dem her ist es, was ich als Außenstehender sagen kann. Aber ja, wir werden natürlich versuchen, von ersten Minuten an die Unsicherheiten auszunützen. Und weil wir auch wissen, dass es natürlich sehr wichtig sein kann. Aber ja, wie man so schön sagt, angeschlagene Boxer sind sehr gefährlich. Und von dem her sind wir natürlich gewarnt. Ist es noch immer so, Oliver Lederer, dass in solchen Situationen der Trainer der schwächste Glitterkette ist? Ja, die Geschichte ist so alt wie der Fußball selbst. Also es gibt ganz selten, dass wirklich Kontinuität herrscht, dass dem Trainer das Vertrauen geschenkt wird. Das ist der Erste, der daran glauben muss. Man sagt dann so schön, er kann nicht die ganze Mannschaft austauschen. Ob es richtig oder falsch ist, das traue ich mir jetzt nicht beurteilen. Aber ich glaube, jeder, der Trainer wird, der sich dazu entschließt, lebt oder kann damit rechnen, dass ihm das einmal wieder fährt. Und so gesehen, ja, ein alter Hut, ob es richtig oder falsch ist, obliegt nicht mir. Welche Rolle, Christian Bembenek, spielt der vermeintlich neue starke Mann im Verein? Roland Daxl, der Finanzvorstand. Ja, Robert Weber hat gestern gemeint, da sind vielleicht auch persönliche Eitelkeiten im Spiel. Er ist nicht nur Finanzvorstand, er ist unser Geschäftsführer. Die SVG ist ja umgewandelt worden in die GmbH. Also ist er unser aller Chef. Ich weiß nicht, ich habe es gestern nicht mitbekommen, was Herr Robert Weber gesagt hat. Fakt ist, und da komme ich zu dem zurück, was ich vorhin gesagt habe. Ich denke, wir können niemandem im Verein etwas unterstellen, der etwas Bösartiges vorhat, was dem Verein schadet. Überhaupt nicht. Ich gehe davon aus und bin davon überzeugt. Und so wie ich den Roland auch kenne, er will das Beste für den Verein. Das wird der ganze Vorstand so fühlen und so handeln wollen. Ist er auf Sie zugekommen? Hat er mit Ihnen gesprochen in den vergangenen Tagen? Wir telefonieren regelmäßig, wir sehen uns regelmäßig, wir sind im Austausch miteinander. Welche Signale gibt es da, was Ihre Person, Ihre Zukunft in Ried betrifft? Na, das sind, sehen Sie, ich beschwere mich gerade ein bisschen darüber, dass wir sehr viel Unruhe haben. Jetzt sind wir alle dazu aufgerufen, nicht noch mehr Unruhe zu erzeugen. Ja, so, und das heißt, wir haben sehr gute professionelle Gespräche miteinander, auch genauso mit Franky Schiemer zusammen. Die Gespräche sind auch immer nicht nur professionell, auch sympathisch. Da versucht natürlich, weil wir es zur Zeit noch nicht geschafft haben, wirklich einen gemeinsamen, klaren Weg auch zu kommunizieren. Dadurch ist viel Unruhe drin. Aber da ist überhaupt nichts passiert, was nicht, was nicht noch möglich ist und auch mit dem Klassenhalt enden kann. Überhaupt nicht. Haben Sie den Eindruck, Andreas Herzog, dass die Konstellation, wie sie jetzt besteht, noch zu einem Erfolg führen kann? Ja, ich denke, dass Anfang der Saison auch der Start ein bisschen holprig war. Und dann ist man in einen Lauf gekommen und genau das Gleiche kann jetzt passieren. Das Problem ist halt auch, nicht nur, dass die Rieder jetzt die Spiele verloren haben, sondern dass Martersburg gleichzeitig aus den ersten zwei Spielen sechs Punkte geholt hat. Jetzt ist die Situation natürlich noch verschärft. Heute gewinnt St. Pölten, dann ist das klar. Aber das ist auch mal ein Fußball. Die Liga ist momentan für mich ein bisschen verrückt. Oder überhaupt der Fußball, wenn man sieht, dass da Ranieri als Meister trennen lassen wird. In Österreich, glaube ich, gibt es fünf Krisenklubs in einer Zehnerliga. Also momentan ist es anscheinend modern, über Krisen zu reden, statt dass man irgendwas Positives rauskennen will. Wenn du natürlich der Bellenletzter bist, musst du dir die Situation stellen. Das ist ganz logisch. Und wie gesagt, es nutzt jetzt nichts. Wenn man da einen anderen Vorwurf macht, man muss zusammenhalten und versuchen, dass er so schnell wie möglich wieder rauskommt. Apropos Mayerhofer, auch Atanga ist da zu den Martersburgern gekommen. Cesar Ortiz, waren Sie jetzt dann in der Folge als Außenstehender unter Anführungszeichen auch ein wenig überrascht, dass gerade in Ried im Winter keine Verstärkungen geholt wurden? Naja, es ist ja nur ein Zeichen dafür, dass man der Mannschaft vertraut hat und dem Trainerteam. Und jetzt zwei Runden später oder drei Runden später ist dann alles anders. Ich denke, dass Martersburg das sehr gut gemacht hat, sehr interessante Spieler verpflichtet hat. Auch St. Pölten hat sehr viel getan. Und ja, in Ried hat man einfach auf Kontinuität gesetzt. Und wenn man das macht, dann sollte man sich jetzt aber auch die Zeit nehmen, zu schauen, ob das wirkt. Jetzt nach drei Runden zu sagen, okay, na, geht doch nicht, ist vielleicht nicht ganz das, was man sich erwarten würde. Oder ist meine Meinung oder meine Frage, wollte man in Stefan Reiter die Verantwortung gar nicht mehr zugestehen über neue Transfers. Das weiß ich nicht. Bin Außenstehen, aber das ist vielleicht eine andere Schlussfolgerung für mich. Also das kann ich nicht beurteilen, das steht mir auch nicht zu. Hätten Sie gerne Verstärkungen gehabt? Genau das ist der Punkt, wo ich damals noch mit dem Stefan immer im Austausch war. Und wenn man sieht, wo es bei uns hapert, dann sieht man natürlich, okay, unsere Offensive, wir könnten schon mehr Tore schießen. Darüber wären wir alle nicht unglücklich, wenn das so wäre. Und dann ist genau die Frage, welchen Stürmer können wir uns leisten, finanzieren? Was kostet ein Stürmer, was kostet ein Spieler, der uns 10, 15 Tore in der Rückrunde garantiert? Und wenn man dann an den Rand kommt und weiß, okay, den kannst du nicht finanzieren, dann brauchst du nicht mehr darüber nachdenken. Aber Ähnliches hat man sich, glaube ich, im Sommer bei der Verpflichtung von Orhan Ademi erwartet. Ein paar Runden sind da schon gespielt gewesen, weiß ich schon, war vor Ende der Transferzeit. Warum hat der überhaupt nicht oder kaum eingeschaltet? Er hatte sofort, im ersten Spiel St. Pölten hat er sofort getroffen. Richtig. Da hatten wir sofort gedacht, okay, jetzt haben wir unseren Neuner gefunden, der jetzt regelmäßig trifft. Er ist am Ende dann nicht so gekommen, ist bei Transfers immer so, dass es, ja, ist, man hofft immer, dass es funktioniert. Er hat im Alltag, in jungen Jahren, ja, viel getroffen. Tolle Jahre gehabt, bevor er dann nach Braunschweig transportiert wurde. Dort wollte er immer der Stürmer Nummer 1 werden. Das ist ihm nicht gelungen. Und dass wir jetzt überzeugt waren, alles klar, komm praktisch zurück, komm zu uns. Hier bist du unser Stürmer Nummer 1. Am Ende wird er auch an Toren gemessen. Er hat immer wieder die Chance bekommen. Und dann wird es natürlich, wenn die Ergebnisse ausbleiben, wird es dann auch als Trainer schwierig, irgendwo immer wieder auf ihn zu setzen. Das habe ich 10, 12 Mal, glaube ich, in Folge getan. Und dann kam die Wintervorbereitung. Und Marvin Ego kommt steil aus dem Gebüsch. Der, der gar nicht berücksichtigt wurde von mir. Der an sich gearbeitet hat. Hat eine ganz tolle Vorbereitung gespielt. Hat jetzt auch, ja, dass das Tor gegen Salzburg gemacht. Hat jetzt ein bisschen Knieprobleme. Das heißt, auch Ohrhahn wird noch wichtig werden im Laufe dieser restlichen Spiele. Trotzdem ist wohl die fehlende Offensivkraft irgendwie augenscheinlich bei den Riedern in dieser Saison. Wir haben da ein paar Fakten zusammengetragen. 19 Tore hat die Mannschaft von Christian Bembenek bisher erzielt. Das sind die wenigsten. Erstmals zu diesem Zeitpunkt der Saison so wenig in Ried. Und vor allem in den vergangenen 13 Spielen hat die Mannschaft nur 5 Tore erzielt. 26 bekommen übrigens. Das tut besonders weh. Und kein einziger Spieler hat mehr als 3 Saisontore zu Buche stehen. Andreas Herzog, also da ist irgendwie jetzt Einfallsreichtum gefragt. Ja, sicherlich. Diese Statistik muss man schon verändern. Ich meine, wenn du wenig Treffer zählst, dann ist es ganz schwer, dass du von hinten wieder rauskommst. Aber es ist immer so, es gibt eine Situation, die den ganzen Lauf wieder starten kann. Und momentan ist halt die Situation so, dass du in der 91. und 92. das Gegentor bekommst du durch einen Wahnsinn seitlichem Wolleschuss von Starkl. Da passt momentan halt, es gibt ja bei anderen Vereinen das gleiche Beispiel. Der Rapid hat den Trainer gewechselt zu Kanady. Sagt man, okay, jetzt wird es besser werden. Ach, hast du auch am Anfang ein bisschen Pech. Also man muss das Glück wieder erzwingen. Das geht jetzt vom Trainer aus, dass er der Mannschaft den Charakter vermittelt. Und dann auch den Charakter ermittelt, dass wir die vermitteln. Wir müssen Erfolge wieder erzwingen können. Wurscht wie, jetzt geht es einmal richtig los wieder. So, ein Alexander-Grünwald-Typ würde den Riedern sehr gut tun. Der hat sieben Saisontore und fünf Resist. Ist damit der Topscorer der Wiener Austria in dieser Saison. Hat Andreas Herzog recht, wenn er hat? Vielleicht ein Moment des Erfolges und es läuft wieder auch bei einem Nachzügler? Ja, ganz klar. Wir haben alle selber Fußball gespielt. Selbstvertrauen ist, glaube ich, eine der wichtigsten Sachen für einen persönlich. Und wie gesagt, ein Erfolgserlebnis. Ich glaube, das wichtig ist, wie der Andi Herzog gesagt hat, es geht jetzt um Erfolge. Egal wie, wichtig ist, dass Ergebnisse eingefahren werden. Auch wenn es mal dreckig ist, unter Anführungszeichen. Wichtig ist die drei Punkte. Nur so kommst du unten raus. Und ja, das ist, glaube ich, wo der Hebel angesetzt werden muss. Apropos unten raus für die Admirer. Ihren Ex-Klub waren die drei Punkte gestern Abend natürlich unglaublich wertvoll. Kann man jetzt aus Südstädter Sicht schon durchatmen? Ja, zumindest einmal ganz kurz durchatmen und dann konzentriert weiterarbeiten. Das war ein ganz wichtiger Sieg. Wie ich eingangs schon gesagt habe, es hätte mit einer Niederlagenahme richtig eng werden können. Und das wäre schade gewesen. Weil ich glaube, dass die Mannschaft schon die Qualität hat, sie dort festzusetzen, wo sie im Augenblick ist. Und haben sie dann gestern ein bisschen glücklich, aber doch verdient, ganz gut hinbekommen. Wir haben es heute schon mehrmals angerissen. Das Trainerkarussell in Österreich scheint sich in dieser Saison besonders schnell zu drehen. Und der eine oder andere ist davon runtergefallen. Es war aber dann trotzdem irgendwie überraschend, dass Sie Anfang Jänner abgelöst wurden oder zumindest beurlaubt wurden von der Admirer. Mittlerweile sind ein paar Wochen vergangen. Sie werden sicher für sich selbst ein wenig rekapituliert haben, auch was die Art und Weise der Ablöse betrifft. Was bleibt da übrig? Rekapituliert habe ich nicht. Also hoffe ich nicht. Also ich habe natürlich versucht ein bisschen zu reflektieren, die ganze Geschichte. Es wird sicher auch Dinge gegeben haben, die ich nicht so gut gemacht habe. Es war da einmal ein Interview zum Thema Rapid, wo ich mich unglücklich formuliert habe, denke ich. Aber ansonsten kann ich mit dem sportlichen Werdegang jetzt nicht ganz so unzufrieden sein. Dennoch ist es wichtig, es ist vorbei. Die Geschichte mit Admir ist vorbei. Das hat sehr weh getan. Es ist nach wie vor so, dass es emotional schon belastet. Aber man muss die Phase auch nutzen. Ich glaube, jeder Trainer hat irgendwann einmal früh oder später dieses Los gezogen. Und jetzt heißt es einfach, als Persönlichkeit zu reifen und die Skills, die man als Trainer besitzt, vielleicht zu vertiefen. Besser zu werden in der Phase, wo man nichts zu tun hat. Einfach wirklich nutzen, um besser zu werden. Und dann denke ich, dass es für mich wieder eine Möglichkeit geben wird, das unter Beweis zu stehen. Aber dafür braucht es jetzt einmal in erster Linie Geduld. Es ist ja kein Geheimnis. Es hat sich die Situation im Verein ein wenig verändert. Im Winter, der Flyer hat sozusagen Alarm geschlagen. Und im Zuge dieser ganzen Geschichte, so hat man zumindest den Eindruck, auch ihre Ablöse. Was hat denn exakt den Ausschlag gegeben? Also ich glaube, es gibt nicht den Punkt. Also sicherlich ein Teil ist das Interview zum Thema Rapid damals gewesen. Das war ungeschickt von mir. Dazu muss ich ja stehen. Aber ich denke, das war vor drei Monaten, hätte man vielleicht auch früher reagieren können. Und ansonsten ist es aus meiner Sicht einfach so, dass ein neuer Eigentümer da ist, der neue Wege gehen möchte, neue Impulse setzen möchte. Das muss man respektieren. Wenngleich man sagen muss, oder ich sage, dass es für mich persönlich dann trotzdem enttäuschend und überraschend war. Aber Hector jetzt kein Kroll. Es ist einfach so, dass das Flyer-Alarm das jetzt übernommen hat und neue Wege gehen möchte. Und mit Würzburg zusammenarbeitet, dort ja auch der Hauptsponsor ist, Andreas Herzog. Wie überraschend war denn das für Sie, als Sie gehört haben am 3. Jänner, Oliver Leder ist nicht mehr Admirer-Trainer? Ich glaube, wie für jeden anderen auch. Es war schon sehr überraschend. Am überraschendsten und am schlimmsten war es wahrscheinlich für einen Oli, aber man sieht einfach, dass der Trainerjob momentan extrem verrückt ist. Das hat man eh schon öfters erwähnt, aber du kannst einfach nur versuchen, Erfolg, Erfolg, Erfolg zu haben. Aber trotzdem darfst du dich als Person nicht verändern. Es ist schon so, dass jeder seine Grundtugenden und seine Charaktereigenschaften hat, aber nur aufgrund des Erfolges. Damit ich unbedingt Erfolg habe, dass du dich komplett veränderst, das geht auch nicht. Sonst merkt dir die Mannschaft, dass du jetzt nicht authentisch bist. Und wenn du ihnen immer nur etwas vorspielst, hast du sowieso schon verloren. Aussagen vom sportlichen Leiter Ernst Baumeister live bei Sky haben da ein wenig für Erstaunen gesorgt. Denn er hat dann doch irgendwie sich selbst widersprochen. Vielleicht kennen Sie noch die Geschichte. Zunächst einmal hören wir Ernst Baumeister beim Wiederbeginn der Frühjahrsmeisterschaft. Das war das Heimspiel gegen Alltag zum Thema Ablöse Oliver Lederer. Aufpassen, was ich gesagt habe. Ich habe gesagt, er kann mit der Schule reden. Ich habe nie etwas gesagt von heute, weil wenn ich gesagt habe, von heute, war nicht die Rede. Ich habe immer gesagt, er darf mit der Schule verhandeln. Der Schule hat mit mir telefoniert. Wie weit der Schule oder der Alltag mit ihm geht, das weiß ich nicht. Aber wir haben ein grünes Licht gegeben, dass er verhandeln kann mit dem Alltag. Ich habe nie etwas gesagt von heute. Ich habe gesagt, er hat bis 2018 Vertrag, aber Reisende soll man nicht aufhalten. Tja, wir haben aufgepasst, lieber Ernst Baumeister. Es ging also um eine Anfrage, um das Anklopfen der Alltacher, um eine mögliche Verpflichtung von Oliver Lederer, der damals noch Admira-Trainer war. Und wir haben diese Aussagen, von denen jetzt gesprochen wurde, von denen die Rede war, die stammen vom 10. Dezember, uns noch einmal genauer angehört. Ich gehe davon aus, dass er bei uns bleibt. Wir wollen ihn nicht hergeben. Der Vertrag ist bis 2018. Ich gehe davon aus, dass wir irgendwann jetzt in Nahezug und mit einem vielleicht über eine Verlängerung reden werden. Also unser Gedanke ist eigentlich nicht dieser, dass wir ihn abnehmen wollen, weil wir sind zuerst zufrieden mit unseren Trainern. Und es ist kein Grund vorhanden, warum soll man ihn hergeben. Entsteht da womöglich jetzt ein Wettbieten zwischen diesen beiden Vereinen? Nein, das glaube ich nicht. Er ist bei uns, er hat nur einmal wie ein Vertrag bei uns. Und ich gehe davon aus, dass er den erfüllen wird. Aus was für einem Grund er weggesütert, weiß ich nicht. Man ist ja der Alltag, weiß ich nicht. Was wir nicht haben, aber sonst kann man sich nicht vorstellen, dass er von uns weggeht. Also und dann kam alles ganz anders. Ein paar Wochen später hat das bei Ihnen ein wenig Kopfschütteln ausgelöst? Nein, ich habe das gesagt, das spricht er für sich. Sie wollen das gar nicht kommentieren? Nein. Also die Aussagen vom Ernst Baumeister kommentiere ich nicht mehr. Das heißt, deine Freundschaft ist da irgendwie zu Ende gegangen? Nein, gar nicht. Das ist auf professioneller Ebene einfach eine Entscheidung getroffen worden, die ich so zur Kenntnis zu nehmen habe. Aber wie gesagt, das Gesagte spricht er für sich. Und ob Freundschaft hin oder her, der Ernst Baumeister ist der Ernst Baumeister, man weiß, dass er so redet, wie ihm der Schnabe gewachsen ist. Und es war dann für mich einfach überraschend. Weil Dinge gesagt worden sind, die ich so jetzt nicht unterschreiben kann. Und man hat das auch wieder gesagt, jetzt auch wieder gehört. Ich habe einfach mit meiner Zukunft bei der Atmira gerechnet. Und die ist je zu Ende gegangen. Und da hat es einfach Ungereimtheiten gegeben. Und ich glaube, man hätte das einfach klar kommunizieren können, mir gegenüber. Und vielleicht liegt es aber auch an meiner Naivität dem Verein gegenüber, dass ich ihnen gescheit zugekauft habe. Im Zuge der Zusammenarbeit mit den Würzburger Kickers hat es auch, also hören wir, ein Gespräch zwischen Ihnen und Bernd Hollerbach, dem Cheftrainer, gegeben, als Sie nach Atmira-Trainer waren. Hat dieses Gespräch irgendwas bewirkt, irgendeinen Ausschlag gegeben? Nein, das hat damit gar nichts zu tun. Die Würzburger waren in Tirol auf Trainingslager. Und da haben wir Trainingsfrei gehabt, es war eine Länderspielpause. Und die Zeit wollte ich einfach nutzen, weil diese Kooperation im Raum gestanden ist, um mit dem Bernd Hollerbach einmal ein Gespräch zu führen, das die allgemeine Ausrichtung im Verein klären hätte sollen. Die Abgleichung der Spielphilosophie ist es dann doch so, dass ich als junger Trainer schon auf ihre Art und Weise stehen möchte, Fußball zu spielen. Und ich denke, dass ich in einer anderen Partie ganz gut hinbekommen habe. Und deswegen der Austausch mit dem Bernd Hollerbach. Ja, der neue Trainer bei der Atmira heißt Damir Buric. Andreas Herzog, welchen Eindruck haben Sie von ihm bisher und von der Art und Weise, wie er die Mannschaft spielen lässt? Ja, es ist schwer zu sagen. Ich meine, es sind drei Runden gespielt. Jetzt hat er, glaube ich, zweimal unentschieden. Er spielt jetzt das Spiel gestern mit dem letzten Torschuss gewonnen. Also bis jetzt ist ganz okay der Einstand, das ist klar. Aber irgendwas muss passiert sein über Nacht, dass auf einmal solche Entscheidungen gebracht werden. Das ist das Lustige. Entschuldigen, dass ich dich unterbreche. Es ist, egal mit wem man redet, es kommt immer auf das Thema, es muss was passiert sein. Und es ist aber nichts passiert. Und ich selber stelle mir auch auf die Frage, was habe ich getan und was ist passiert? Und genau deswegen. Ich habe beim Herfahren auch wieder ein Telefonat geführt. Genau darum geht es. Was hast du gemacht? Nein, nein, ich meine jetzt gar nicht, dass von ihm was passiert ist. Dass der Sponsor oder irgendwie die Kooperation, dass er sagt, okay, wir wollen einen Neustart. Wir fangen aber gleich mit einem neuen Trainer an. Das ist mein Gedanke, weil warum soll ich irgendwas ausbessern, was echt gut funktioniert? Also das meine ich mit. Es muss irgendwas über Nacht, eine Idee von irgendwem, bei mir oder bei Würzburg gekommen sein, wo es sagt, okay, wir müssen jetzt was anderes ausprobieren. Und dann fangen wir gleich mal mit dem Trainer an. Ja, bitte. Ich muss dazu auch was sagen. Gerne. Weil das riecht mich seit Jahren auf. Ich habe jetzt gerade die Fotos gesehen vom Oliver mit dem Baumeister Ernst. Da habt ihr wahrscheinlich gerade ein Spiel gewonnen gehabt. Und alles hier genau das. Super. Das vergisst man immer so leicht, wenn alles gut läuft. Und alle haben sich schrecklich lieb und alles ist gut. Und dann kommt plötzlich der Punkt, an dem es halt nicht weitergeht. Wo ein Verein anders plant oder sonst irgendetwas. Da fehlt es mir immer, dass man dann noch anständig bleibt. Sich an solche Szenen nämlich genauso erinnert. Und dann kann man den Trainern, die sowieso eigentlich immer unter Feuer sind, unter Strom sind und am Ende eigentlich das schwächste Glied sind, denen kann man ruhig ein bisschen mehr Vertrauen schenken. Das sollten Vereine auch für sich wissen. Setz dich mit dem Trainer zusammen, erklärst vernünftig, alles gut. Und dann ist es okay. Und dann kann man sich die Hand geben und dann passt das alles. So ist das Geschäft, auf das man sich eingelassen hat. Aber man braucht nicht dieses Spielchen, das man jetzt überlegt. Der Oliver überlegt jetzt, okay, was ist denn bitte gewesen? Da habe ich mich an einer Stelle vielleicht nicht gut ausgedrückt, aber sonst hat er über Jahre doch tolle Arbeit gemacht. Also muss irgendwas gewesen sein. So habe ich es auch damals empfunden, als es passiert ist. Aber dann setzt euch doch zusammen und sprecht miteinander. Und dann passt das auch alles. Die Menschlichkeit darf dabei nicht auf der Strecke bleiben. Das ist immer das, was ich wichtig finde. So etwas ist eh schon ein knallhartes Geschäft. Und dabei kann man trotzdem Mensch bleiben und anständig miteinander umgehen. Deswegen, das gehört sich so. Wie stellen Sie sich denn, Oliver Lederer, jetzt Ihre Zukunft vor? Sie haben jetzt doch, waren bei mehreren Vereinen. Korrigieren Sie mich im Gespräch, nicht nur bei den Alltagern, sondern auch bei Wacker Innsbruck? Nein. Nicht? Nein, Wacker Innsbruck. Zumindest in den Medien war das so. Ja, in das Medienthema, ja. Auch da hat es geheißen, ich bin ein Trainer, der nur im Osten arbeiten darf. Kann oder soll oder will oder was auch immer. Das ist auch nicht der Fall. Wenn Vereine aus dem Westen Interesse haben, auch da bin ich sehr, sehr gerne bereit, einmal den Sprung aus Wien, Niederösterreich oder dem Burgenland rauszumachen, um eine interessante Aufgabe anzunehmen. Das heißt, ich fasse zusammen, Sie warten auf ein lukratives Angebot? Nein, ich warte jetzt gar nicht. Also es geht lukrativ. Auf ein reizvolles. Das muss eine interessante Aufgabe sein. Ich denke auch, aber viel wichtiger wird jetzt einmal sein, dass die Zeit jetzt einmal genutzt wird, um wirklich Abstand zu gewinnen zu dem Ganzen. Ich war jetzt elf Jahre durchgehend bei der Admirer im Geschäft in den verschiedensten Funktionen und Positionen. Und ja, so ganz loslassen hat man das noch nicht. Und deswegen einfach nur die Zeit nutzen für mich, um Abstand zu gewinnen. Das ist jetzt einmal das primäre Ziel. Und dann wird man sehen, ob interessante Aufgaben auf mich zukommen. Ich hoffe, dass die Arbeit, die ich geleistet habe, bei dem einen oder anderen Interesse geweckt hat. Aber wie gesagt, jetzt gibt es nicht, sich irgendwo anzubieten oder sonst was, sondern einfach die Zeit für sich arbeiten zu lassen und versuchen, alles einmal sacken zu lassen. Es kann sich ja gar nicht ganz loslassen, die Geschichte mit der Admirer, weil erstens haben Sie noch immer den Sponsor hier auf der Weste und zweitens haben Sie noch Vertrag. Wieso ist das eigentlich nicht zu einer Vertragsauflösung gekommen? Ja, zu einer Vertragsauflösung gehören immer zwei Parteien. Also es ist im Augenblick... Das heißt, Sie wollten eine? Ja, es ist jetzt so, dass... Ich glaube, alle, die jetzt neu am Werk sind, sie haben einarbeiten müssen, sie haben einen Überblick verschaffen müssen. Da war jetzt meine Person nicht die oberste Priorität, beziehungsweise meine Vertragsauflösung nicht die oberste Priorität. Und ich denke, wenn dann meine Ruhe eingekehrt ist bei der Admirer und das ist ja mit dem Sieg jetzt auch passiert, dann wird man sie vernünftigerweise zusammensetzen und versuchen, das Ganze ordentlich aufzulösen. Ich denke, dass man die Qualität einer Zusammenarbeit auch immer wieder an der Trennung dann beurteilen kann. Und das wird dann bei mir zu gegebener Zeit sicher der Fall sein. Aber noch gab es diesbezüglich keine konkreten Gespräche. Bei der Austria-Alexander steht der Trainer definitiv nicht zur Diskussion. Da besteht eher die Gefahr, dass er abgeworben wird. Sitzt fest im Sattel, Thorsten Fink hat aber genauso wie Sie gestern einen Rückschlag, über den wir schon gesprochen haben, hinnehmen müssen. Was bedeutet denn vor allem zu Hause, so zu verlieren, auch die Art und Weise? Ja, als Austria-Wien will man natürlich jedes Spiel in dieser Liga gewinnen. Vor allem, wenn es unter Anführungszeichen eher ein kleinerer Klub, obwohl er in diesem Jahr jetzt vor uns ist, zu verlieren, ist natürlich doppelt bitter. Aber ich glaube, grundsätzlich der Weg stimmt. Wir haben einen Weg eingeschlagen, wo der ganze Verein den Verein weiterentwickeln will. Die Infrastruktur wird verbessert, wirklich auf allen Ebenen und auch sportlich. Ich glaube, der Thorsten Fink arbeitet mit einer jungen, rammischen Mannschaft, will diese auch entwickeln. Man sieht, ich bin, glaube ich, mit 27 der älteste Stammspieler. Das zeigt allein schon, wie jung unsere Mannschaft eigentlich ist. Und von dem her, glaube ich, stimmt er weg. Natürlich gibt es noch einige Linke, die zu verbessern sind. Aber grundsätzlich arbeiten wir als Team mit dem Thorsten Fink gerne zusammen, ziehen alle an einen Strang und ich glaube, da sieht man auch an der Kontinuität am Platz. Bei der Austria geht es immer um den Spielstil, schon seit Jahren. Und der wird in den vergangenen Monaten auch ein wenig kritisiert, der aktuelle Spielstil. Können Sie mit dieser Kritik irgendetwas anfangen? Ja, es ist klar, Austria-Wien steht für einen technisch versierten Fußball. Steht sogar in den Vereinsstatuten. Ja, genau, das ist ganz klar. Es gibt auch viele Legenden, die technisch auch gute internationale Karrieren gemacht haben. Von dem her sind wir uns dem schon bewusst. Ich glaube, damals unter Karl Dachsbacher ist ein sehr guter Fußball gespielt worden. Da waren sehr viele Spieler jetzt im Nationalteam spielen. Aber unter anderem muss man sich dann auch hinterfragen. Wir sind damals nicht Meister geworden, obwohl der Herr Dachsbacher wirklich ein sehr, sehr guter Trainer ist. Dann ist der Peter Stecker gekommen. Ich glaube nicht, dass wir jetzt wirklich gezaubert haben oder jeden Spieltag wirklich jedem Gegner einen grunden Bogen gespielt haben. Wir haben wenig dem Zufall überlassen. Wir haben mit Manfred Schmid auch einen guten Co-Trainer gehabt. Wir waren top eingestellt. Wir haben auch, glaube ich, damals als erste Mannschaft mit den Abkinden Sechster zwischen den zwei Innenverteidigern gespielt. Das hat es damals in Österreich eigentlich gar nicht gegeben. Und hatten einen entfesselten Philipp Hosinger. Ja, genau. Das war auch ein großer Baustein damals. Er hat 32.000 Tore gemacht. Ohne ihn wären wir wahrscheinlich nicht so leicht Meister geworden. Und ja, dann ist jetzt Thorsten Fink seit längerer Zeit wieder Trainer da, der was länger im Verein ist. Das ist ja in den letzten Jahren auch nicht so oft. Und ja, wir sind auch immer top eingestellt. Also wir überlassen wenig den Zufall. Ähnelt ein bisschen dem Peter Stöger damals. Und ja, wie gesagt, wir wissen, dass wir kritisiert werden, weil wir teilweise ab und zu vielleicht zu lange im Ballbesitz sind. Aber das ist unser Spiel. Also mir als Spiel, da macht es Freude. Ich will den Ball haben. Und mir ist lieber die andere Mannschaft, da läuft den Ball hinterher, als ich. Und ich glaube, wir haben alle selber Fußball gespielt. Dass man nicht jeden Ball blind nach vorne spielen kann, ist, glaube ich, auch klar. Und es ist auch kein Zufall, dass wir in der zweiten Hälfte viele Tore schießen, weil der Gegner dann auch nicht die Intensität im Verschieben mit dem Block halten kann. Wie zum Beispiel erste Halbzeit. Und von dem her haben wir unsere Spielphilosophie. Ich glaube, wir sind in den Europacup gekommen. Wir sind jetzt der Ritter geworden. Jetzt ist alles möglich. Von dem her, glaube ich, sind wir auf einem guten Weg. Und für mich geht das schon in Ordnung. Und Sie tragen die Nummer 10 mit Stolz und Würde, genauso wie es früher Andreas Herzog gemacht hat. Wie sehen Sie die Rolle von Alexander Grünwald in der Mannschaft und vor allem auch seine Entwicklung? Er ist Kapitän, er ist der Leader in der Mannschaft und ist natürlich im Offensivbereich der Dreh- und Angelpunkt. Und das ist für mich das Wichtige im Spiel der Austria, dass er in den entscheidenden Zonen am Spielfeld in Szene gesetzt wird. Bei der Austria ist es oft so, vor allem erste Halbzeit, dass sie viel Ballbesitz haben, aber in Niemandsland oder in der eigenen Hälfte. Darum schießen sie erste Halbzeit relativ wenig Tore. Zweite Halbzeit längst einen Zahn zu. Und dann geben sie auch die Räume, dass er die Bälle durchstecken kann auf die schnellen Außenspieler oder am Kaiode. Und dann kommen die Möglichkeiten von der Austria natürlich zum Tragen. Schmunzeln aber ein bisschen lauchen müssen. Zuerst, wie er gesagt hat, gegen Alltag, gegen einen kleinen Rennverein, die sind Zweiter, die waren Wintermeister. Also so überall können Sie jetzt das Steck noch immer. Im Hinterkopf. In dieser Saison sind es vor uns, aber grundsätzlich spielen wir bei Austria Wien. Und ja, Alltag ist es vor uns, aber unser Ziel ist auf jeden Fall, Alltag noch zu überholen. Und ja, wie man das Spiel gestern gesehen hat, ohne jetzt die Leistung von Alltag zu schmälern. Wir haben natürlich auch nicht unser bestes Level an den Tag gebracht und haben ein paar individuelle Fehler gemacht. Und natürlich ist das dann schwierig. Diese individuellen Fehler haben auch zu den Gegentreffern geführt. Die Alltacher haben das kaltblütig ausgenutzt. Rotbuller haut da daneben und das 1 zu 0. Andreas, schön gemacht von Gamalö. Ja, schön gemacht, aber es war natürlich unglücklich von Rotbuller. Der hätte es im Frühjahr auch sehr, sehr stark gespielt. Aber das sind halt unangenehme Gegenspieler. Oberlin im Herbst noch von Alltag jetzt in Gamalö. Also die sind schon schwer zum Verteidigen. Und vor allem ist es einfach so, dass die eine extreme Effizienz haben. Vielleicht im letzten Spiel gegen St. Pölten nicht so. Aber auch im Herbst, wenn die Alltacher eine Möglichkeit haben, schlagen sie zu. Und das ist momentan die große Stärke von ihnen. Aber zurück noch, ich möchte noch was sagen zu dem Thema. Wir gehen halt dann raus in das Spiel und wollen das Spiel machen. Wollen eigentlich für ein gutes Spiel stehen. Und natürlich spielt das dann Alltag in die Karten. Natürlich mit ihrer, weiß nicht, 3-5-2- oder 5-2-Kette. Sie machen das ja gut. Sie stehen dann wirklich kompakt. Und es ist wirklich schwer, dann in die Räume zu kommen. Und haben dann vorne zwei super Spieler. Das machen sie ja wirklich gut. Und das spielt ja dann in den Karten, wenn sie dann 2-0 gegen uns führen. Aber das ist ein bizarrer Fußball. Die Mannschaft, die Fußball spielen will und von der ersten Minute eigentlich probiert, ins Spiel zu kommen und eigentlich ganz schön im Fußball spielen wird, wird dann im Endeffekt dafür bestraft. Obwohl ich dann sage, im Endeffekt, Alltag hat verdient gewonnen. Sie haben die Tore gemacht, haben gut verteidigt und waren an dem Tag einfach cleverer als wir. Und wenn wir schon mitten im Analysieren sind, dann schlage ich vor, Andreas, dann machen wir gleich weiter. Wir haben den Aktionsradius und vor allem auch die Rolle, die Alexander Grünwald gestern gespielt hat, uns noch einmal näher angeschaut. Er hat wenige Räume vorgefunden, Andreas. Ja, die Alltacher wissen natürlich auch um die Stärke der Austria vom Alex. Und hier sieht man, dass es jetzt im Vergleich zu den letzten Monaten, dass der Raphael Holzhauser dann auch mehr nach vorne geht und dass da ein Wechselspiel gibt. Und das macht die Austria normalerweise auch schwerer auszurechnen, vor allem die zwei Spiele. Also beide einen extrem starken linken Fuß, können das Spiel jederzeit auch mit einem entscheidenden Pass entscheiden oder selber mit einem Weitschuss irgendwie zum Abschluss kommen. Also es ist schon, das sind für mich die entscheidenden Dinge. Diese Pässe sind halt gestern leider nicht angekommen, sonst hätte die Austria vielleicht eh das Spiel gewinnen können. Aber das ist die Situation, wo ich meine, wo der Alex den Ball am Fuß hat. Und dann kommen halt natürlich meistens extrem gute Vorlagen für die schnellen Stürmer. Ja, Sie haben die meisten Torschüsse auch gestern der Austria verzeichnet, nämlich fünf, aber auch die meisten Ballverluste produziert von den Austria-Spielern. Liegt das am Risiko, dass Sie eingehen bei Ihren Zuspielen? Ja, natürlich. Auf meiner Position muss man Risiko nehmen. Das zeichnet, glaube ich, auch mein Spiel im Endeffekt aus, weil ich versuche, nach vorne zu spielen. Und ich glaube, das ist auch meine Stärke. Und ja, Ballverluste gehören dazu. Natürlich, wenn es jetzt die meisten sind, so wie gestern, ist nicht mein Ziel. Aber ja, auf meiner Position hat man heute gesehen oder jetzt auch bei der Analyse gesehen, dass ich immer zwei, drei Game-Spieler um mich herum gehabt habe. Und dann ist es natürlich ein bisschen schwieriger, als wenn ich jetzt weiter hinten spiele und das Spiel ein bisschen lenken kann und verteilen kann. Ist natürlich ein bisschen einfacher, um weniger Ballverluste zu haben. Aber mir gefällt die Position. Ich bin meistens dort dabei, wo es gefährlich wird. Und ja, das ist mein Spiel. Und ich bin trotzdem glücklich und werde eigentlich mein Spiel nicht verändern. Tja, schauen Sie mal, welchen Aktionsradius Sie da gestern gehabt haben. Also überall zu finden. Wir sehen die Pässe, die angekommenen sind die blauen und die nicht angekommenen sind die roten. Andreas Herzog, kann man sagen, Alexander Grünwald ist noch so ein richtiger Zehner, ein richtiger Spielmacher an der Schule? Ja, ich bin glücklich darüber, dass es so eine Position noch immer gibt. Es ist einfach die Spielweise, wie der Spieler hat, dass du einfach die entscheidenden Dinge machst. Und wie ich gesagt habe, wo er spielt, im Zentrum, vor der Abwehr, ist der Raum am engsten. Und dann musst du halt auch schnell einmal ein paar spielen, direkt spielen oder so, die Ablage mit der Ferse. Das ist extrem hohes Risiko. Geht der Ball rein, rennt der Mitspieler allein aufs Tor. Gestern sind diese Pässe eben nicht aufgegangen und durch das haben sich die Altdacher da gut verteidigen können. Und das Risiko musste einfach gehen. Ich habe jetzt natürlich eine Vorliebe für die Position, weil ich das selber gespielt habe, jahrelang. Und da habe ich auch die Ideen, wie man die Position umsetzen kann. Und es hat ja jahrelang geheißen, es gibt keinen Spielmacher mehr. Aber es muss trotzdem einen Kreativen geben, der, wenn er einen Ball am Fuß hat, wo die drei, vier anderen Offensivspieler wissen, okay, jetzt müssen wir die Räume attackieren mit einem Lauf, weil der Ball kommt dorthin, wo er hingehört. Sie nicken, Christian, sehen Sie es auch. Ja, aber du siehst ja bei den Pfeilen gerade, du siehst ja keine roten Pfeile in der eigenen Hälfte. Ja, das ist doch schon mal gut. Er ist da, holt sich mitunter Bälle ab, spielt sicher, kriegt den Ball. Und vorne musst du dann auch dieses Risiko gehen. Er versucht, Bälle zu stecken. Das sind aber mitunter auch Aktionen. Selber gesagt, ich möchte gar nicht spielen, aber mitunter ist das Risiko. Das ist aber auch eine Zone, wo du den Ball verlierst, wo du auch genauso gut ihn gleich zurückerobern kannst. Und umgekehrt hat der Gegner von da aus nochmal 70 Meter Vorlauf zu deinem eigenen Tor. Von daher lebt die Position auch von Kreativität. Und ich finde es gut, dass er da auch das Risiko sucht und auch den Fehler jetzt mal nicht scheut. Ja, weil nur Alibi spielen auf der Position funktioniert halt nicht. Sondern er ist der Spielgestalter und dann sind Fehler auch automatisch mit dabei. Soll es ihn noch geben, weiterhin geben, den richtigen Zehner, Oliver? Auch aus Ihrer Sicht, den richtigen Spielmacher? Ja, ehrlich. Nur zu begrüßen, aber zu Austria ist ja auch zu sagen, dass sie drei wahnsinnig kreative Mittelfeldspieler haben. Also mit dem Tag kann Serp ist ein Holzhauser-Grünwald. Das ist schon sehr, sehr kreativ und ball-sicher. Was in dem Spiel vielleicht auch ein bisschen laufen ist, dass der Alex sehr viel an der letzten Linie war. Er ist für mich einer der besten Spieler in der Liga zwischen den Linien. Also dort geht er großartig. Und ich glaube, dass jetzt mit Holzhauser ein bisschen versucht, ein bisschen was Neues zu machen. Da gibt es mehr Vertikalität in dem Spiel und das macht es ein bisschen interessant. Es wird zwei, drei Runden brauchen, dann werden sie das auch besser im Griff haben. Und ein torgefährlicher Spieler, super Standardsituation, Kopfballstark. Gar nicht so ein klassischer Zehner, sondern sehr viel kompletter, als so diese klassischen Zehner früher waren. Ja, und wenn Sie dem Alexander Grünwald aufmerksam zugehört haben, liebe Zuschauer, haben Sie sicher gemerkt, er ist eigentlich ein Kärntner. Aber mittlerweile, Markus Klima, ist er so etwas wie ein halber Wiener. Wien, das ist der Stephansdom. Das ist Schönbrunn, die Donauinsel. Aber Wien ist auch die Austria. Und die Austria ist Alexander Grünwald. Er ist schon lange da, was ja auch nicht so selbstverständlich ist im heutigen Fußball, dass Spieler sehr lange beim Verein sind. Wenn man so will, Legende, ein paar entscheidende Sachen, weil noch Klaas Wohner macht, dann ist er eine Legende. Sein Bundesliga-Debüt jährt sich heuer zum zehnten Mal. Austria gegen Sturm, 11. Juli 2007. Der große Moment in der 89. Minute. Doch das war es dann erst einmal mit Bundesliga. Sein nächster Einsatz über zwei Jahre später für Wiener Neustadt. Für das er in der Zwischenzeit mithilft, in die Bundesliga aufzusteigen. Schließlich die Rückkehr zu seinem Stammverein. Alexander Grünwald gereift. Denn seit Sommer 2011 absolvierte er 148 Ligaspiele für die Austria. Sein wohl größter Erfolg. Meister. 2013. Er ist jetzt schon sehr lange im Verein. Er genießt einen sehr hohen Status und ein hohes Ansinn hier. Er ist einfach ein positiver Junge, der was extrem wichtig für die Mannschaft ist. Alter Spieler schon bei uns in der Mannschaft mit 27 Jahren. Und das, glaube ich, sagt er alles aus. Alexander Grünwald, Goalgetter. Sein erstes Profitor 2007 für die Austria-Amateure. In der Bundesliga sind es seit Sommer 2011 stolze 35. Nur Philipp Hosiner und Alexander Gorgon erzielen seitdem mehr. Auf Gorgon fehlen noch zwölf. Machbar. Denn der lacht ja aktuell bei seinem neuen Club mit der Sonne Kroatiens um die Wette. Hey, mein Freund, liebe Grüße aus dem sonnigen Rieker. Alles Gute noch für den Rest der Saison. Ich wünsche dir, dass du gesund bleibst, dass du fit bleibst. Mach noch ein paar Tore. Herzlichen Glückwunsch natürlich auch noch zur Vertragsverlängerung. Ist eine tolle Sache für dich. Ich glaube, dadurch bist du auf dem Weg zur Austerlegende. Und hoffentlich sehen wir uns bald. Und alles Liebe noch. Ciao, papa. Alexander Grünwald und die Austria. Eine Ehe fürs Leben. Ja, wir stellen fest, das Wette in Rieker ist fast schon eine Gemeinheit. Aber so schlecht ist es auch nicht bei uns derzeit. Schön, den Alexander Gorgon wieder einmal zu sehen. Ja, sehr schön. Wir kennen uns ja schon sehr lange. Sind ja noch immer in Kontakt. Sind wirklich sehr, sehr gute Freunde. Auch geprägt von der Akademie. Wir haben beide eigentlich einen schweren Weg gehabt. Wir waren sehr viel verletzt. Und er hat auch wieder gesagt, es ist schön, glaube ich, dass ich gesund bin. Er denkt so, was erinnert. Ja, und das war eigentlich immer unser Credo. Wenn es mal nicht so gelaufen ist, dass wir gesagt haben, inzwischen sagt, hab's auch gesund. Aber es ist wirklich so. Und ja, für mich ein toller Spieler. Noch mehr ein wunderbarer Mensch. Und ja, ich wünsche ihm das Beste. Und ja, vielleicht kommt er nochmal zurück. Zu uns. Würde mich freuen. Apropos Hauptsache gesund. Sie hatten schon zahlreiche Verletzungen während Ihrer Karriere. Vor allem in jungen Jahren. Auch in Ihrer Wiener Neustädter Zeit. Schwierige Zeiten. Kreuzbandriss und so weiter. Inwiefern reift man dadurch auch ein wenig? Ja, wenn es einer gewesen wäre, dann wäre es schön gewesen. Ich weiß es auch. Ja, ich habe sehr früh gelernt, mit meinem Körper uns umzugehen. Das kommt mir jetzt schon zugute. Ich lasse mich wirklich sehr viel pflegen. Ordne eigentlich alles den Fußball unter. Das sind, glaube ich, schon Punkte, die ich mitgenommen habe. Aus den schweren Zeiten. Und ja, das war natürlich, sich ab und zu Gedanken gemacht, wo wäre die Karriere hingegangen. Weil ja, es waren ja die Verletzungen dabei, auch zu unglücklichen Zeitpunkten. Zum Beispiel nach dem Meisterjahr, wenn wir in die Champions League gekommen sind. Da wäre natürlich mit drei, vierundzwanzig Jahren vielleicht auch der Sprung möglich gewesen. Das waren natürlich unglückliche Zeitpunkte. Aber ja, im Leben ist das einfach kein Wunschkonzert. Und ich bin trotzdem glücklich, bei so einem Verein wie Austria Wien spielen zu dürfen. Mich erfüllt das mit Stolz, das überhaupt enttragen zu dürfen. Und von dem her bin ich überglücklich, dass ich meinen Vertrag jetzt wirklich langfristig verlängern habe. Sie lassen sich ausgiebig pflegen, haben Sie gesagt. Sie lassen sich gerne pflegen. Und das fällt auch seinen Mitspielern auf. Hören Sie mal, Raphael Holzhauser. Wie viel Kilo Dinkelnudeln isst Alexander Grünwald in einem Jahr? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, immer einen Tag vor dem Spiel. Grün hat seine eigenen Gesetze auch immer auf der Massagebank. Da ist es schwer, ihn im Platz wegzunehmen. Jetzt haben Sie immer gemeinsam die Behandlungen mit Alexander Grünwald. Zumindest relativ ähnlich vom Zeitablauf. Gibt es ja keine Chance, dass man sich da einmal vordrängt? Ja, wir haben Gott sei Dank mehrere Füße. Also wir haben es gut aufteilt. Er ist meistens bei Herrn Hermann, ich bei Herrn Holdi. Und das ist gut aufteilt. Aber Grüni braucht seine Behandlungen. Dann ist er extrem wichtig für uns. Und das hat man schon oft genug gesehen. Wie viele Behandlungen braucht er? Ja, täglich schon zwei bis drei. Ist das schon so marod beinand? Nein, nicht. Aber er kennt einfach seinen Körper gut. Und er braucht das halt, ich brauche das auch. Da sind wir uns ziemlich ähnlich. Und deshalb sind wir der Stammgäste. Zwei bis drei Behandlungen täglich durch die Physiose. Ist das notwendig oder ist das ein Genuss? Auch die Massagen vor allem? Beides, beides. Ab und zu würde ich gerne mit wenig auskommen. Aber dann nochmal ein Lob an unsere medizinische Abteilung. Das muss ich dir jetzt eigentlich glauben. Nein, ja. Für die Massage. Ich bin ja jetzt, wie ich früher gesagt habe, mit 27, einer der ältesten Spieler. Und ihr wisst ja, wie das früher war. Ich glaube, der junge Spieler hat gar nicht den Massageraum gesehen. Und von dem her ist es bei uns eh sehr human. Und ab und zu dürfen die anderen eh herauf. Also von dem her gibt es keine Probleme. Große Portionen Dinkelnudeln am Tag vor dem Spiel. Wieso das denn? Nein, ich habe ein paar Rituale. Meine Freundin kann wahrscheinlich ein Lied davon singen. Aber ja, das bin ich. Das gehört dazu. Am Tag vor dem Spiel esse ich zum Mittag immer Dinkelnudeln. Und ja, ich bin ganz gut gefahren damit. Und von dem her gibt es keinen Grund, warum ich das verändern soll. Wie ein Marathonläufer, Oliver. Das würde zu Ihnen auch passen. Als Ausdauerfreak. Dinkelnudeln. Freak, ich habe nur viel Zeit jetzt. Deswegen hat man wieder ein bisschen geschaut auf meinen eigenen Körper. Das kommt eh, wenn man im Geschäft ist. Das eine oder andere mal zu kurz. Und ja, mir ist es sehr wichtig. Ich denke, ein gesunder Körper bedeutet gleichzeitig einen gesunden Geist. Und ich tue mir einfach leicht, wenn ich mir ein bisschen selber schinde, dass ich ganz gut abschalten kann. Und momentan habe ich viel zum Abschalten. Also bin ich viel unterwegs. Für vier Jahre ist der Vertrag abgeschlossen worden, Alexander Grünwald. Und das ist auch ein ordentlicher Zeitraum. Und das ist ein ordentlicher Zeitraum. Was mir gegenübergebracht wird, ist sehr groß. Hier bin ich keine Nummer. Ich kenne eigentlich jeden im Verein. Und die Leute schätzen mich. Und ich glaube, dass es auch ein Privileg ist. Das hat nicht jeder Spieler. Und bei einem großen Klub auch noch dazu. Also in Österreich ist der Ausdauer wirklich auch international ein bekannter Name. Und von dem her, ja, wie gesagt, ich bin glücklich und bin zufrieden. Wie verlockend wäre es trotzdem gewesen, einmal ins Ausland zu gehen, dorthin zu schnuppern. Risses Bohr aus der Türkei hatte großes Interesse. Ja, Namen kommentiere ich nicht. Aber Fakt ist, dass ich ein Angebot vor allem gehabt habe. Ich meine, das war jetzt nicht das Erste. Aber es hat es ja voriges Jahr auch schon gegeben. Aber jetzt wird es halt mehr thematisiert, aufgrund, weil mein Vertrag ausgelaufen wäre. Und ja, ich glaube, man weiß selber, dass man im Ausland, dass der finanzielle Background natürlich auch wichtig war. Und generell, als junger Spieler ist es Traum, Ausland, da will man hin, in Österreich weiterentwickeln, dann weiterkommen. Das ist mir verwehrt geblieben bis jetzt. Und jetzt war die Entscheidung, mache ich den Schritt oder mache ich ihn nicht. Und ja, zurückzukommen, wenn man dann halt den Vertrag vorliegen hat, was man dann wirklich im Ausland verdienen kann, dann fangen wir halt zum Überlegen an. Weil für das spätere Leben ist es natürlich, wäre das ein schöner Polster gewesen. Da musste dann Franz Holford ein bisschen was drauflegen. Wobei ich sagen muss, dass die Austria mir wirklich für österreichische Verhältnisse ein sehr, sehr gutes Angebot gemacht hat. Wir haben wirklich nichts unversucht gelassen. Gar nicht schlecht, wenn der Sportdirektor auch ein Kärntner ist. Ja, verstanden haben wir uns. Das war nicht das Problem. Aber die Dinkel-Nudeln ist doch nicht mit dir, oder? Nein, das ist aber nur mein Salat, glaube ich. Aber ja, und dann habe ich eben den Vertrag unterschrieben. War sehr spontan und jetzt ist ich hier und vertragen. Der Andreas Herzog darf das sagen, glaube ich. Zum Thema Wohlfahrt. Es geht nur um Essen, wenn du hier bist. Ja, das war nicht so ein... Beim letzten Mal, beim letzten Mal um die Currywurst, natürlich. Immer wenn er hier ist, geht zum Essen. Nein, aber ich verstehe seine Beweggründe. Aber ich hätte ihn sicher gerne in der Deutschen Bundesliga gesehen. Mit seinem Lenkenfuß hätte er da sicher auch eine Karriere machen können. Ja, ich hätte natürlich spekulieren können jetzt. Und sagen, ich gehe jetzt ins Frühjahr rein. Ich gehe ins Sommer und schaue, was passiert. Aber ich bin... Und vielleicht wird ein Schritt kommen von der Deutschen Bundesliga. Also es war jetzt nichts Konkretes, was Deutschland darf. Und dem her... Ich meine, in der Zeit der Deutschen Bundesliga, das war für mich kein Reiz. Also, wie gesagt, da kam ich die Möglichkeit bei der Austria international zu spielen. Und ich habe die Möglichkeit, Titel zu gewinnen. Das habe ich in der zweiten deutschen Liga nicht. Okay, jetzt kannst du halt Meister in der zweiten Liga. Aber ja, von dem her war das für mich keine Überlegung. Und wenn man dann selber das durchgemacht hat, was ich gemacht habe, dann wollte ich Planungssicherheit. Habe gesagt, dass es spätestens bis März eine Entscheidung geben, dass ich eine Entscheidung haben will. Und das ist dann ein bisschen früher gekommen. Der Bus war, glaube ich, schon unterwegs am Flughafen zum Trainingslager. Und ich habe da einen relativ spontanen Vertrag unterschrieben. Und ja, ich glaube, der Verein freut es, mich freut es. Und ich hoffe, dass ich noch den einen oder anderen Titel mit der Austria vereinen kann. Ja, genau. Darauf wollte ich sich jetzt auch ansprechen. Sie haben von der Champions League gesprochen. Gibt es das Ziel mit der Austria, in den nächsten zwei, drei Jahren dort wirklich wieder hinzukommen? Ja, normal, wenn man grundsätzlich aus österreichischen Vereinen von der Champions League spricht, ist es natürlich schwer, hineinzukommen. Aber ich bin selbst am Platz gestanden, wie wir in die Champions League gekommen sind. Und von dem her ist das nicht unrealistisch. Ich habe das am eigenen Leib miterleben dürfen. War wirklich ein unglaubliches Gefühl. Ich habe dann halt aufgrund der Verletzung nicht mitwirken können in der Gruppenphase. Aber das Gefühl wird mir trotzdem in Erinnerung bleiben. Und von dem her ist es realistisch, ist es möglich. Obwohl jetzt mit den neuen Statuten und wird es ja, glaube ich, immer schwieriger für kleinere Vereine. Aber ich glaube, aus österreichischen Vereinen ist es schon mal ein Erfolg, wenn du in die Euroleague kommst, in die Gruppenphase. Ich glaube, dass es ein großer Erfolg ist für einen österreichischen Klub. Und ja, das werden unsere Ziele sein. Wenn es die Champions League wird oder ein Titel, nehmen wir es gerne mit. Ja, Ziele haben wir alle im Leben, Oliver Lederer. Wir wünschen dem Christian Benbennig natürlich alles Gute, auch für morgen, was die Entscheidung des Vorstandes der SV Ried betrifft. Aber wäre das einmal so eine reizvolle Aufgabe für Sie, die SV Ried zu trainieren? Boah, ich finde es total respektlos. Nein, das ist nicht respektlos. Nein, nicht jetzt von dir, sondern jetzt da gegenüber die Frage will ich es ja gar nicht beantworten. Ich denke, die SV Ried hat einen sehr sympathischen, sehr kompetenten Christian Benbennig auf der Bank sitzen und es ist gut beraten, das vielleicht auch mindestens bis zum Ende der Saison auch so durchzuziehen. Und wenn es irgendwas anderes ergibt, dann bin ich gern bereit. Aber wie gesagt, die SV Ried ist gut beraten, mit dem Christian Benbennig weiterzumachen. Ich frage Sie nämlich aus einem ganz bestimmten Grund. Es gab im Vorfeld der Sendung schon Gerüchte, dass Sie möglicherweise schon kontaktiert worden sind von der Vereinsführung von Roland Daxl. Was ist da dran? Ich bin kontaktiert, nein, da ist nichts dran. Hätten wir das auch geklärt. Ja, morgen Training einmal am Vormittag, nehme ich an. Nee, freier Tag. Freier Tag. So schaut es aus. Ja, und dann harren Sie der Dinge, die da kommen. Ja, genau. Es ist wichtig, dass wir, ich glaube, der Verein setzt sich morgen zusammen. Das ist sowieso nötig. Das ist wichtig für den Verein. Und dann bin ich davon überzeugt, dass nach allem, was jetzt passiert ist, die Situation ist jetzt jedem klar. Und ich gehe davon aus, dass die sechs Vorstände, die da zusammenkommen, das Beste für den Verein entscheiden werden. Alles abwägen. Und wie gesagt, noch einmal, ich glaube, der Stefan Reiter hat es auch letztens gesagt, als er hier war. Das ist ein familiärer Verein. Und auch wenn ich noch nicht so lange da bin, du bist mit ganzem Herzen dabei. Und von daher wünsche ich mir natürlich, dass ich Trainer für diese Mannschaft weiterbleiben kann. Die Mannschaft ist auf Platz 10. Und trotzdem muss man mal sehen, das sind großartige Jungs. Einen tollen Charakter, diese Mannschaft. Und wir werden das zusammen schaffen. Ob mir das ermöglicht wird, kann ich jetzt nicht sagen. Aber ich wünsche es mir natürlich. Ja, und es bestehen die Chancen definitiv, Andreas Herzog. Die Mannschaft ist punktegleich mit dem Sv-Manz. Ich meine, natürlich muss man schon jetzt alles analysieren, aber es ist ja überhaupt kein Grund, Panik zu schieben. Also wichtig ist, dass die Offensivspieler treffen in Zukunft. Und am besten gleich jetzt gegen die Austria. Nein, das war jetzt noch die Tür. Wenn Sie keinen Fallschuss gegen die Idee haben. Von mir schießen wir zwei, wir schießen drei, dann ist es auch in Ordnung. Offensivspieler, Dieter. Ja, es ist natürlich, wie gesagt, ich glaube, jeder hat das mal mitgemacht, dass es nicht so gut grenzt ist im Fußball. Aber ja, nächste Woche will ich, glaube ich, nicht gleich viel wie du. Und von dem her, ja, ich bin gespannt. Es wird ein gutes Spiel, glaube ich. Offensivspieler, die treffen, gibt es derzeit auch beim FC Schalke 04. Und da sind vor allem Österreicher Alessandro Schöpf und Guido Burgstahler ein, ja, einer der besten Freunde von Alexander Grünwald, auch aus den vergangenen Jahren. Nicht nur deshalb, weil er ein Kärntner ist. Wie beobachten Sie das, was dem Guido da, dem Burgi, wie Sie sagen, gelingt? Ja, ich habe noch einen ganz anderen Namen für ihn, aber... Den los, mein lieber. ...der bleibt unter uns. Ja, ich finde, er hat sich das wirklich sehr verdient. Überall, wo er war, egal ob bei Wiener Neustadt, ein Rapid. Dann Cardiff, okay, ist nicht so gelaufen, war aber Nürnberg. Und dann Schalke, überall, wo er war, das ist durchgesetzt. Das ist, glaube ich, seine Mentalität. Er ist wirklich ein Kämpfer, zusätzlich zu seinen fußballischen Qualitäten. Und, ja, wie gesagt, ein bisschen ein Mentalitätsmonster. Und ich glaube, bei Schalke kommt das wirklich sehr gut an. Und, ja, seine Tore sprechen für sich. Aber, ja, er ist wirklich... Ich meine, er ist auch ein super Mensch, wir haben viel durchgemacht auch. Und ich wünsche ihm wirklich das Beste. Und mich freut es wirklich, dass ich auch die Österreicher in Deutschland und die Bundesliga etablieren. Und jetzt kann wohl auch der Teamchef nicht mehr an ihm vorbeisehen. Meine Herren, ich danke für ein interessantes Gespräch. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Danke auch fürs Kommen ins Studio. Die Hinweise fehlen natürlich noch. Sky ist am Mittwoch wieder für Sie da. Mit dem zweiten Viertelfinale aus der EBEL. Und zwar Graz gegen Red Bull Salzburg. Am Freitag dann wieder die Sky-Go Erste Liga um 20.30 Uhr mit dem Höhepunkt. Sozusagen ein richtiger Schlager. Lask gegen Wacker Innsbruck. Das war Tog und Tore am heutigen Sonntag im Namen des Teams. Dankeschön fürs Zuschauen. Bleiben Sie am Ball. Das war Tog und Tore.